Herzlich willkommen hier bei einem neuen Video bei uns, bei e-roller.com. Unsere Homepage ist mittlerweile die größte deutschsprachige Plattform in Bezug auf E-Scooter, Elektroroller und allem, was dazugehört. Wir bieten verschiedene Preisaktionen an, Vorstellungen, neue Modelle oder auch Testfahrten, so wie ich heute wieder eine für euch habe. Denn heute werfen wir einen ganz genauen Blick auf den Streetbooster Vega. Die ist das eines von zwei neuen Modellen von Streetbooster und wenn auch ihr Interesse daran habt, dann schaut direkt unten in der Videobeschreibung auf den ersten Link. Dort findet ihr sämtliche Informationen zum Vega sowie einen Kauflink für den aktuell günstigsten Preis. Falls ihr aber noch gar nicht genau wisst, was der Vega denn alles so drauf hat, dann bleibt jetzt dran. Denn gleich gehen wir ins Detail, doch wie immer erst einmal die Themen des heutigen Videos. Zuallererst werden wir erst einmal einen kurzen Blick auf die Eigenheiten bzw. Verbesserungen im Vergleich zum Vorgängermodell werfen. Gefolgt von einem kurzen Unboxing, anschließend geht es dann in die Testfahrt selbst, auf der ich euch auch nochmal alle technischen Werte vorstelle und zu guter Letzt folgt dann das Fazit. Wie immer könnt ihr auch unten in der YouTube-Zeitleiste manuell zu einem Unterpunkt navigieren. So viel dazu, ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit dem folgenden Video. Genau, der Streetbooster Vega ist das Nachfolgemodell des Streetbooster One. Und ja, auch wenn sich vielleicht auf den ersten Blick äußerlich nicht allzu viel getan hat, kann man auf jeden Fall sagen, dass der Vega ein ordentliches Upgrade ist. An der Stelle übrigens auch der Hinweis, dass auch ebenfalls zum Streetbooster 2 ein neues Modell erschienen ist, und zwar der Streetbooster Sirius. Der ist etwas bulliger als der Vega, hat dafür aber ein Wechselakkusystem. Falls ihr an diesem interessiert seid, schaut einfach hier auf unserem YouTube-Kanal, auch dazu haben wir ein ausführliches Video gemacht. Denn ja, der Vega wirkt vielleicht auf den ersten Blick etwas klein, dies ist aber auch gleichzeitig sein Erfolgskonzept. Denn hier haben wir trotz eines technischen Upgrades in Sachen Plinker, Motorleistung, Reichweite und so weiter und so fort, dennoch das perfekte Modell, um es zu transportieren. Aber genug des ausweifenden Vorwortes, soviel zu seinen Verbesserungen im Vergleich zum One. Dann lasst uns jetzt endlich zur Testfahrt kommen, denn kleiner Spoiler, der Vega ist mega. Jesus Christ. Bestellt ihr euch einen Streetbooster Vega nach Hause, erhaltet ihr einen solch gut gepolsterten Transportkarton mit diesem kleinen, bescheidenen Streetbooster-Schriftzug. In diesem Karton findet ihr zum einen ein kleines Päckchen mit allen Notwendigkeiten, sprich Bedienungsanleitungen, Werkzeug zum Befestigen des Griffes und, wie bei den neuen Streetbooster-Modellen üblich, direkt das Kennzeichen. Natürlich ist dieses immer noch kostenpflichtig zu aktivieren, aber immerhin kommt es hier direkt mit dem Modell zu euch nach Hause geliefert. Hier nochmal einen kleinen Gesamtüberblick. Natürlich gibt es auch ein Ladegerät, wäre sonst vielleicht so ein bisschen teuer so ein Einweg-Scooter. Aber gut, der Griff ist schnell drauf montiert und schon habt ihr euren Streetbooster Vega einsatzbereit vor euch stehen. Das hier ist übrigens die grüne Variante. Für diejenigen unter euch, die nicht so auf Farben stehen, gibt es entsprechend auch eine weiße und eine schwarze Variante. An vielen Stellen wirkt der Vega wie der kleine Bruder des Streetbooster Sirius. So wirkt hier alles etwas schmaler. Wir haben 9 Zoll Reifen, sowie ein zugegebenerweise kleines Frontlicht vorne am Griff. Aber wir haben auch hier Blinker, eine der vielen Verbesserungen im Vergleich zu seinem Vorgängermodell, dem Streetbooster One. Und wir haben hier ein unschlagbares Eigengewicht von 14,2 Kilogramm. Also der Vega eignet sich perfekt für die Mitnahme in ÖPVN. Also egal, ob Bus, Bahn oder sonst wo, oder auch wenn ihr ihn Treppen nach oben oder unten tragen müsst. Glaubt mir, selbst wenn ihr wie ich ebenfalls nicht der größte Sportler seid, kommt ihr beim Transport des Vega keinesfalls ins Schwitzen. Also ja, wir haben hier ein sehr schönes und vor allem wirklich leichtes Modell. Aber was steckt denn unter der Haube? Haben E-Scooter überhaupt Hauben? Naja, egal. Steigt ihr auf einen Streetbooster Vega und gebt Vollgas, löst ihr damit seinen Motor mit der Dauerleistung von 400 Watt aus. Diese kann in Spitzensituationen auf eine Peakleistung von bis zu 760 Watt ansteigen. Dies reicht für Steigungen von bis zu 15% und einem Drehmoment von 25 Newtonmetern. Außerdem könnt ihr so bei einem angegebenen maximalen Fahrergewicht von 106 Kilogramm und dank seines sehr niedrigen Eigengewichtes eine Reichweite von 34 bis zu bei Optimalbedingungen 42 Kilometern erreichen. Sein super leichtes Gewicht macht er bei einem super Fahrgefühl auch keinerlei Abbruch. Also egal, ob tatsächliche Kurven oder einem plötzlichen Hindernisparcours, der Streetbooster Vega lässt sich fehlerfrei und mit einem wirklich guten Gefühl fahren und das nicht zuletzt wegen seiner Haube. Ich meine, irgendwo muss er doch eine haben, oder? Genau, was soll man denn schlussendlich noch dazu sagen, außer dass es eigentlich das perfekte Innenstadtmodell ist, sprich, wenn man sowieso ständig mit dem ÖPVN unterwegs ist oder auch wie ich nicht im Erdgeschoss wohnt, sondern seinen E-Scooter jedes Mal die Treppe hoch- bzw. runter-tragen muss. Gerade dann tut das Rekord-Leichtgewicht des Vega auf jeden Fall gut und dazu kommt, dass er nun minimal technisch hinter anderen Modellen wie seinem großen Bruder, dem Sirius, steht. Wobei man aber auch hier anmerken muss, dass er durch ein deutlich reduziertes Gewicht, entsprechend auch bei etwas niedrigerer Leistung, effektiv gleich viel oder mehr Power liefern kann. Solltet ihr aber stattdessen an seinem großen Bruder, dem Sirius, interessiert sein, sprich, mehr Power und einem Wechselakkusystem, aber auch mehr Gewicht und ein entsprechend größeres Modell, dann guckt direkt hier auf unserem Kanal, dort habe ich auch ein ausführliches Video zum Sirius gemacht und wenn ihr sowieso schon dabei seid, könnt ihr auch gleich ein Abo hier lassen. So verpasst ihr keine weiteren Testfahrten oder Vorstellungen neuer Modelle und macht automatisch bei unserem Gewinnspiel mit, bei dem ihr regelmäßig ein neues E-Scooter-Modell gewinnen könnt. Und wie immer findet ihr direkt unten in der Videobeschreibung auf den ersten Link nochmal alle Infos, sowie den offiziellen Verkaufslink zum Streetbooster Vega, sowie auch zum Streetbooster Sirius und allen anderen Modellen, die wir hier auf e-roller.com vorgestellt haben. Also dann, ich hoffe ich sehe euch dann auch beim nächsten Video. Bis dahin, ciao!